Habe ich Sekundärsysteme, die ich einsetzen kann? Habe ich das? Das war's. Ich weiß, ich kriege dich von deinem Arsch verabschieden, jetzt mein Freund. The true intrinsic value of these credits may never be known. Oh, ist das überhaupt close? Ehh. Bloop. Und schon das nächste Gebiet. Aber ich sollte erstmal zu einer Sternenbasis Reparaturen durchführen und aufstocken. Nein. Hive, was ist deine heutige Kondition? Ich habe völlig adaptiert zu der neuen Kraft und bin in der Prozesse von mir mit dir wiederum als Pilot. Meine Datenbank, wie erwähnt, bleiben aus der Zeit, bis ich verabschiede mich mit Eterna zu verabschieden. Wie geht es mit deinen Protokolle Persönlichkeiten? Bist du zu verabschieden? Du bist nicht verabschiedet mit meinen Default-Settingen. Bitte, fühle mich zu experimentieren. I might just do that, Hive. Schmugglerroute. Eine Menge Orte hier. Aber unbedingt brauche ich einen Fix für mein Schiff und wenn möglich auch einige Sachen verkaufen. Ehh. Die mir nicht so viel Negatives einbringen. Aber da habe ich nichts für die Sachen bezahlt, aber es ist im Prinzip alles ein Gewinn für mich. Auch schon eliminieren. Das sieht mir wie eine Quest aus. Was ist die Frage, wie es der Körper bleibt. Ich gebe die Sachen zu verabschieden. Ich habe die Phase-Base, aber ich kann einen Weg austkiieren. Das sieht mir aus. Ich habe die Anhaltung. Ach, was dabeiïm dich. Das ist ein Ding. Das haben wir diese Anhaltung. Ich habe die Anhaltung. Das ist ein Dmz, repurposed von Freelancern als Teil der Koncession. Oh! Oh, Grayson Fran hat natürlich hier eine Flegale. Wenn nicht sogar das Dektor-Hauptkartier. Das hier so einen dedizierten Schwarzmarkt hinten haben. Erstmal Reparaturen durchführen und anschließend Munitionen auffüllen. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Oh, Hive bringt mir eigentlich noch so einige. Auch nur noch mal Frachttransport. Wischte gefragt haben, dass das Auto nur noch mal gethanter Frachtkorn zur Basis verschickt werden. Das ist cool. Und wahnsinnig teuer. Bergbau-Tracker ist auf jeden Ort auf der Sternkarte, die zu erwarten einen Abbauarträger an. Die Kristalle habe ich bis jetzt nicht mal gesehen. Einschaltversorgung. Also das wird die Einfachstoffversorgung nach dem Auslöser einer Sekunden. Werbe vor deiner Sketch ist auf 20 Sekunden. Wir fällen die Einfachstoffversorgung, wenn nicht um Kampf und auf 15 runter. Nice. Useful Eclipse Precisions Ombra 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 Das Union-Eclipse-Ding da unten, das sieht für mich ziemlich bla aus. Ich meine, Wechsel der Primärwaffe wird dann Schaden von 50 Minuten um 30 Prozent. Das ist okay-isch. Aber worauf basiert das? Weil da steht 0 von 2. Also ich brauche zwei Union-Eclipse-Waffen? Das ist nervig. Oder es war auch so zugegenstellen, dass zumindest... Auf der anderen Seite, der Blaster hier sieht auch nicht schlecht aus. Ich meine, der hat recht gute Werte. Genedisch-Schaden ist niedrig, aber ich verbrauche es ein bisschen höher. Dann hauen wir das Ding weg. So, die Apparatur war das Wichtigste. Rennstettenstart, ach du Scheiße. Da verbrauche ich ein anderes Schiff, glaube ich. Oh, unbewachte Container. Hat niemand gesehen. Ah, interessant. Und auch aus. Und auch aus. Ich habe einen Schnaps verbuddelt hier. Das ist ein stöberer Gegenstand, dass die Leute absolut... Keine Probleme mit haben, dass ich so ein Scheiß hier anstelle. Ich muss gleich diesen. Oh, fuck. Ouch. what ist ein solcher Park dit? Okay. Aber,... ... ... Das kommt mir über die Container auf, die ich übersehen habe, was? Die sind hinter den Säulen, alle versteckt. Was für ein Zweck hat dieses Terminal? Was für ein Zweck hat dieses Terminal? Aber es ist schwer zu wissen, was diese Nummern bedeutet. Ich könnte verschiedene Analyse machen, um herauszufinden. Bitte. Ein Ergebnis ist erwartet in 2,335,363 Jahren. Sind Sie ernsthaft? Ich bin immer ernsthaft. Abort die Analyse. Analyse ist gewechselt. Schade. Ich würde ein Tadieres, mind-nummener Aufgabe haben. Das war schon kaputt. Ich soll noch mal den Tresorraum besuchen? Das war schon mal den Tresorraum. Ich kann gar nicht sicher in einen Container rein. Ach so. Ne. Aber der Schildgenerator. Ach, Moment mal. Ah. Merken. Rote Punkte bedeuten Schieß drauf. Bald überdimensionierte Knöpfe. So, Spaß, da waren wir schon. Baldwürfe hat einen Dockplatz. Okay, gucken wir mal da vorbei. Ich will mal wirklich, was das bedeutet. Beim Early Access habe ich das nämlich nicht gemacht, glaube ich. Baldwürfe hat So, you're at the wrong place, then. So, you know them? Yeah, we took over the lease on this site from them. I guess they couldn't afford the location anymore. How come? What do I care? Maybe their business didn't have the winning formula like ours. They should have invested in the future. Gold. Do you know where I can find them? Any business that's sinking usually moves to the lower decks before abandoning ship completely. I'll try my luck in the lower levels. Gold luck with that. Really? New catchphrase. Lock the plank. We have other customers waiting. Gold bye. Okay, also... Ja. Korrosionsminen. Interessant. Also, ich kann hier nichts verkaufen. Äh, raus hier. Man, manchmal, man fliegt einfach nur lang der Schütze, oder mal nicht nach oben oder unten. Ich will nicht in die Rennstrecke, ich will zum Wegpunkt. Was mir überhaupt nichts bringt, da ist ein Gmb-Fracht, aber hier werde ich nichts abknallen erstmal. Ich nehme an, das sind nicht alles einfach nur Container, die hier sind. Hier hängen teilweise so ungebaute Container zu Gebäuden oder Wohnungen. Stacks. Das ist mal fortwürdig. Also diese Kanzel mit ihren Knöpfen drin. Hallo, hallo, hallo. Du bist ein Entrepreneur und brauchst einen Ort für deine wertvolle Gäste? Mein Name ist Clarence und die See steht für Sicherheit. Ja. 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 Also muss ich einen Vault finden, in dem die Liste mit seinen Vaults drin ist. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Du bist hier neu, nicht wahr? Wie kann man das sagen? Nur Rube wird ein solches Amatür machen. Du kannst nicht fragen auf Presse callen, ohne Fragen zu fragen. Schau, ich versuche einen Mann, den Namen Maddox. Ich habe ihn nie gehört. Und ich will nicht den Klienten erzählen. Wenn du etwas orderst, dann würde ich es empfehlen. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass das nicht der Ort war. Was ist das für ein Ding? Schau, Tonkotsu, Miso. Ich habe das Geräusch mit auf der Seite. Warte, ist dieser Restaurant vollautomated? Nudeln gemacht zu den besten Precisionen und höchsten Hygiene-Standards. In welchem Fall, Sie haben keine Human-Management auf der Seite. Diese Fully-Automated-Enterprise ist managiert remotely. Ich schaue einen Mann named Maddox? Die Beobachtung ist nicht kompiert. Kein Mann von Name-Description gefunden. Chashu, Tonkotsu, Miso. Mach dein order. Oh, forgets. Daher der Rahmen-Gag. Was möchtest du? Ich nehme... Scheiße. Ich kann gar nicht sagen, dass ich einen Ramen will. Ich kann gar nicht auf das Ding. Ich weiß, richtig? Wie sind die Leute auf das? Wärme, galtes Wasser mit schlauchten Spaghetti und Krumblitz? Ich habe keine Ahnung, warum sie so schrecklich sind. Ja. Das ist ein echtes Mysterium für mich. Ich habe es mit meiner AI gesprochen. Ich bin ein Dumplings-Gag. Wie kann ich dich für? Ich schaue einen Mann named Maddox. Oh. Du schaust Maddox, oder? Ich habe einen sehr langen Weg gefunden. Ich kann das nicht helfen, aber... Ich glaube, er war Maddox, oder so. Irgendwas in der Richtung war das, glaube ich. Ich glaube, er war Maddox, oder so. Irgendwas in der Richtung war das, glaube ich. Wunderschönen! Willkommen zum G&B Büro von Prescott Starbase. Wir bekommen viele Anquiere, also bitte bitte über den Punkt. Ich hoffe, ich mache etwas Business ohne Registrischen, ob ich das meine Rede. Du willst, was ich sagen? Du willst, die Bücher scharfen, oder? Wir sind in der DMZ, nachher. Die Regeln sind da für Bending. Ich bin froh, dass du das hier sehen. Ich bin froh, dass du das so gesehen hast. Doch nicht auf deine Schreie. Jobs. Aber die sahen schon ein bisschen mehr aus. Aber erstmal nicht. Dann müssen wir mal den Freelancer-Hangar abstauben. Hey, Pony Gossen. Das ist ein spezielles Job auf der Arbeit. Das sagt dir, es ist ein Job in der Yawen. Wir haben einen Kunden, der bereit zu bezahlen. Yawen? Das ist der Unterlagen, oder? Multiple Gangs haben zusammengelegt und befestigt da, um eine bessere Chance gegen die O-Gar-Rate zu haben. Sie nicht mehr von uns zu glauben. Wir haben noch von uns, wenn jemand in der Unterlagen kommt. Und das Job betrifft, was? Daten aus Unterlagen? Das ist auch korrekt. Es gibt nur ein Problem. Mein Klienter mir nicht viel Informationen über diese Daten genauer. Oder wissen wir, welcher der Auslaut-Gang hat es. Also, um auf der selben Seite zu sein, ich brauche jemanden, um alle ihre Stationen zu verabschieden, und zu downloaden, was sie finden können. Ja, wie ein Auto-Kanon in der Nacht. Alles, was ich noch wissen muss? Nur, dass, als du den Hacking-Prozess hast, musst du nahe zu dem Server bleiben, bis es fertig ist. Ansonsten wird die Verbindung verabschiedet. Du musst aus dem Herzen beginnen. Hm. Also, wie geht es? Lass uns sagen, dass ich mit all den Daten zurückkehre. Was, wenn keine von ihnen enthält das File, das dein Klienter zu suchen? Sie werden aber trotzdem bezahlen. Das ist das Problem. Es wäre besser gewesen. Okay, ich schaue in das. Gut. Bleib sicher da draußen. Immerhin sieht die Leute alle freundlich hier. Der andere auch. Die Übersetzung dieses Spiels ist wirklich manchmal extrem grob schlecht. Ich war der Meinung, das wurde auch noch von einem deutschen Entwickler gemacht, und ich weiß ja nicht so recht. Auf jeden Fall, ähm, ja. Die Übersetzung ist nicht einfach nur Google Translate, sondern teilweise auch völlig von den Satzinhalten völlig absurd gebaut manchmal. Der Striker. Der sieht aus, als würde er rückwärts fliegen. Der Gegner der Striker-Klasse wurde für das schnelle Eingreifung und Mehrfachszenen entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Schadenswirkung, wenn zusätzliche Feinde in den Kampf eintreten. Spezielle Schubversorgung bringt sie dabei schnell an den Ort des Geschehens. Er hat mehr Hülle als man jetzt in Geschöpf. Die Geschwindigkeit und Wendigkeit ist extrem höher. Schild und Panzer sind für'n Arsch. Verwandte das in einen Knotenpunkt, der bis zu 5 umliegende Gegnern verbunden ist. Diese erhalten den Zusammenschaden, der dem Ziel zugefügt wird, und sich mit jedem Verbundenen Fein um 5% erhöht. Alter! Ja, das ist ein Nahkämpf für der Striker. Aber mit Nemesis. Mit chronischem Stabilisatorn aus der Steger. Der Sentinel-Klasse braucht wie so'ne schlanke Schilde von besser in Irunfall, sondern großartigem Allzweckschiff, das auf Waffen, Verdankungssysteme oder Routinen angepasst werden kann. Jo... Predator Interceptor. Das ursprüngliche Arbeitsfeld der kolonialen Flotte, der Abfanghäger der Interceptor-Klasse, maximiert seine Offensivfähigkeit, indem er die äh Triebsegsreserven zu den Waffen umleitet, in Funktion von älteren Modellen beibehalten wurde, und so ein stetiges ununterbrochenes Feuern ermöglicht. Waffenüberladung. Das abschließende Skinner verlangt die Verbleibenden da um 1%. Ah, ok. Die Hornet. Täusche und stören Sie die Spezialität der Steger-Klasse. Bestimmungen geben die üblichen Siegers-Protokolle. Um Routinen zu besteuern, Sie gleichzeitig eine dritte Waffe auf und für kurze Zeit mit Energie versorgen. Die Ringe und Masse sorgt für hohe Mobilität. Da sind Sie fast mit tuvuletzungen. De Schnitt. Vielen Dank.